Liebe Abonnentinnen und Abonnenten von Agilsmart, meinem Informationsdienst, heute unterbreche ich meinen Kurs Esst Weizen, weil ich gerade soeben teilgenommen habe in einem Live-Kongress. Da ging es um Krebs oder geht es um Krebs, da hält noch ein. Ty Bollinger zeigt in seiner Serie von Videos, die überschrieben ist, als die Wahrheit zu Krebs eine globale Frage. Dort in dieser Serie von Videos beschreibt er in Episode 2 Cancer Facts and Fictions Breast Cancer Hormones. Also dieses wirklich ausführliche Video habe ich gerade eben gesehen und ich bin vom Anschauen dieses Videos noch so stark berührt, dass ich wie gesagt diesen Kurs durch diesen Beitrag unterbreche. Es geht dann später mit dem Kurs Esst Weizen weiter. Ich möchte Ihnen das unbedingt ans Herz legen, dieses Video zu sehen, denn es ist beeindruckend, wie dort Wissen vermittelt wird. Wissen für Leben ohne Krankheit. Ja ich weiß, das Video ist lang und ich weiß auch, das Video ist in Englisch. Bloß beides lässt sich gut lösen. Es ist nämlich sehr wichtig für allejenigen, die mehr wissen wollen, zu Krebs. Um Krebs zu vermeiden, um Krebs zu besiegen. Wenn das Video zu lang sein sollte, so kann man es unterbrechen, so kann man es anhalten. Man kann später weiter sehen, man kann es zurückspulen. Nutzen Sie diese Möglichkeiten, es auch zu einem anderen Zeitpunkt wieder anzusehen. Es vermittelt sehr sehr viel Wissen und es ist sehr hilfreich, denke ich. Um es besser zu verstehen, können Sie auch sich die Untertitel einblenden lassen und das nicht nur in Englisch, sondern automatisch übersetzen lassen ins Deutsche. Es wird dadurch besser verständlich für diejenigen, die Englisch nicht so gut beherrschen. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, dieses Video zu schauen. Es vermittelt nicht nur ein neues Wissen, sondern es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, mit Krebs fertig zu werden. Ich lade Sie ein, sehen Sie es an. Unter diesem Beitrag finden Sie, unter diesem Beitrag hier von meinem Video, sehen Sie den Link zu diesem Video. Es ist eine fantastische Wissensvermittlung dank Teil Bollinger und es ist ein weiteres Puzzleteil zu Leben ohne Krankheit. Viel Freude beim Betrachten des Videos.